Die deutsche Konjunktur zeigt sich zum Jahresausklang in glänzender Verfassung. Und daran dürfte sich nach Prognosen von Volkswirten 2018 kaum etwas ändern. Experten sehen eine hervorragende wirtschaftliche Lage. Quelle Sebastian Karnert, Deutsche Presseagentur, Zentralbild, Deutsche Presseagentur Die deutsche Konjunktur-Lokomotive bleibt nach Expertenprognosen auch 2018 kräftig unter Dampf. Sollte sich an den jetzigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nichts grundlegend ändern, werde die Wirtschaft im kommenden Jahr mehr als 2% wachsen, prognostizierten Konjunkturforscher und Volkswirte deutscher Großbanken. Auch die Arbeitslosigkeit werde dadurch weiter deutlich sinken. Die deutsche Wirtschaft sei so gut aufgestellt wie lange nicht mehr, betonten die Experten.